Also die Zwischensequenzen, die haben irgendwas, ich weiß nicht, die haben aber was. Ja, finde ich auch. Zahltag, du erhältst 70.000. Die Steuerreform kommt 70% auf alles. Außer Tiernahrung. Ja, Praktika. Hier spricht der Preis persönlich. Zwei. Oh oh, schlimm für dich. Börsencrash. Gib ein Aktienpaket zurück. Jetzt geht's in die andere Richtung. Orange ist an der Reihe. Zwei. Oh, eine Karte. Valentinstagsgeschenk. Aber das Ding würde ich wieder haben. Bevor Erwachsene wussten, dass das mit den Bienen nur eine Geschichte ist. Weiß ist an der Reihe. Einkaufen. Sechs. Ja, auf jeden Fall. Oder doch lieber die Acht. Nein, ich bin sechs. Ohne zwei, drei. Du hast eine Neun gedreht. Ah. Jetzt mal lieber die Neun genommen. Wähle links oder rechts. Nimm links, nimm links. Nein. Da ist die Möglichkeit, da ist die Möglichkeit auf 90.000 oder 100.000. Nein. Ich habe aber wieder die Chance, meinen Chef zu treffen, der so... Ja, ne, ich komme rechts. Ich bin jung und brauche das Geld. Ja. Zahltag. Du erhältst 80.000. Sie haben die Wahl. Entweder ihren Gehaltscheck oder was sich hinter Tür Nummer 2 verbirgt. Ja, gutes Stichwort, ne? Hm. Orange ist an der Reihe. Sechs. Du erhältst 10.000. So, Morgi, das. Immer Geld an andere. Oder rechts. Ja, finde ich gut. Vergrabenen Schatz gewonnen. De-de-de-de-de-de-de. Du erhältst 80.000. Oh, das hat man doch schon mal. Ja. Weiß ist an der Reihe. Eins. Du spendest für ein Museum. Zahle 25.000. Geben Sie mir nur den unterschriebenen Scheck. Den Rest fülle ich schon aus. Orange ist an der Reihe. Sieben. Warum kommt hier echt keine 5 mehr in den Spiel? Du spielst ein Familienspiel. Ach. Du erhältst eine Karte. Welches das nur ist. 19. 20. Hey, wo ist Papa? Der schläft. Weiß ist an der Reihe. Zwei. Du gewinnst beim Fernsehquiz. Du erhältst 95.000. War ja klar. Sie haben gewonnen. Ich freue mich. Das Dreh-Dings-Hier. Meine Assistentin. Mich. Alles. Du hast alles gewonnen. Du hast sogar den Moderator gewonnen. Oh, das ist gut. Oh, das ist an der Reihe. Stell ich mir zu Hause in die Vitrine. Ich brauche schwätzen. Sechs. Du erhältst 10.000. Das ist nicht wahr sein, ey. So gebe ich Geld immer an andere. Ja. Tausche deine Gehaltskarte mit einem Mitspieler. Dein Gehalt. 80.000. Was ist an der Reihe? Fünf. Ja. Ja gut, es sind 10.000. Na ja. Oh ja. Zahltag. Du erhältst 70.000. Wenn ich meine Rechnung bezahle, kann ich meinen Laptop nicht erweitern. Oh. Das tut mir aber leid. Oh. Du sponserst einen Sportler. Nein, nein. Zahle 30.000. Ach. Den hattest du eben, ne? Ja. Ich wollte nicht mehr. Jetzt musst du nehmen. Ja, die komischen Schuss hier, die nicht springen kann. Ja. 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 Zeige, wo die Gangsterrapper noch um ihre brennenden Mülltonnen rumgerannt sind und nicht um ihre Pools, sondern um ihre Autos. Orange ist an der Reihe. Wo das Thema Musik noch einen Sinn hatte. Fünf. So sieht's aus. 10.000. Ja. Fünf. Steuerschuld. Nein. Zahle 35.000. Weiß ist an der Reihe. Neun. Ja, du spruntest mal wieder nach auf ihn. Äh, unglaublich. Ja. Tausche deine Händekarte mit einem Mitspieler. Nein. Was möchtest du haben? Hm. Ach. Ich will deins. Ach, super. Dein Gehalt? 80.000. Ja. Orange ist an der Reihe. Na, warte. Das kriegst du wieder. Okay. Zahle 5.000. Ach, es war nur ne Leihgabe. Ich hab's doch gesagt, du kriegst es wieder. Und du hast es gerade wieder gekriegt. Ja. Schönheitsoperation. Na, Gott sei Dank. Du bist der Arzt. Gott sei Dank. Das kostet 100.000. Was mal aufhört, da jetzt passiert. Oh. Weiß ist an der Reihe. Oh. Drei. Richtiger Schönling. Kinder gehen zur Universität. Das hat ihm sogar die Brille ins Gesicht geschweißt. Ja. Habe ich... Habe ich eins? Ich hab auch keins. Das ist gut. Orange ist an der Reihe. Zehn. Zahle 5.000. Jawohl. Das Millennium. Alle PC stürzen ab. Das war auch geil, ja. Weißt du was? Ich denke, du vertreibst die Fische mit deinem Mundgeruch. Weiß ist an der Reihe. 5. Du erhältst 10.000. Ich glaube... Aber ich glaube, das war das lächerschwichtste, was ich je gehört habe. Ja. Zahle 125.000. Obwohl, so ein bisschen dran geglaubt habe ich schon. Ja. Weil wenn ihr die überlegt, jetzt bei 2010, da hatten auch einige Straßenbahnsysteme auch wieder Probleme. Da sind sämtliche Zielanzeige ausgefallen. Wanderreihe. Weil die mit der Null nicht zurecht kamen. Also von daher... Ja, es ist wahr. Uh. Du hast eine 3 gedreht. Auch interessant, sowas zu hören. Also... Mhm. Es war lustig, als dann alle mit so einem Papierstreifen vorne in der Scheibe rumgefahren sind. Eine Karte. Endlich gab es beschilderte Wanderrouten auf dem Uranus. Das wurde auch Zeit. Uranus. Wow. Du reist nach Australien. Na, du kannst es dir wieder leisten. Ja. 1.000 Kilometer vom nächsten Fotoladen entfernt machte die Kamera plötzlich... Ja. War bestimmt von Ikea. Orange ist an der Reihe. 3. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja. Ich hasse Ikea. Nochmal drehen, falls du nicht dein erster Schnellesieb. Ach, ich sag mal so, so lang es hält. Du führst das Feld an. Weißt du an der Reihe. Ikea hat die freundlichsten Möbel. Wenn es aufbrust, verneigen sie sich von dir. 3. Ich habe nichts in meiner Wohnung, was nur Annäherung von Ikea ist. Du gehst angeln. Du erhältst eine Karte. Lebst du schon oder baust du noch? Ach, das ist dein Fang. Ich dachte, das sei ein Köder. Mö. Orange ist an der Reihe. Ach. Ja, ich glaube, ich beende jetzt das Spiel. Ja. Schon? Ruhestand. Wähle altes Rosen und herrschaftliche Villa. Weiß ist an der Reihe. 10. Du bist der Polizist. Ach. War ja wieder klar. Ich weiß nicht, ob ich noch hier den Rubel rollen lassen kann. Zahltag. Du erhältst 80.000. Wie meinst du das? Wo ist unsere Haushaltskasse? Ja, wo ist es denn? Weiß ist an der Reihe. 4. Ja, Kassett. Wer lebt die Karten, gell? Aber ich hab's teurere Haus. Wähle Altersruhesitz oder herrschaftliche Villa. Ach, ich mach mal einen Altersruhesitz. Komm. Altersruhesitz. Löse deine Karten ein. Du erhältst eine Menge Geld. Löse deine Karten ein. Du erhältst eine Menge Geld. Du bist an zweiter Stelle. Oh. Ach nein. Schade. Glückwunsch verarschen. Du hast das Spiel des Lebens gewonnen. Boah, ich hab drei Söhne. Worauf kommen die denn alle her? Boah, ich stell dir mal vor, du wärst auf das Feld gekommen, wo ich hingekommen bin. Oh. Ich frag mich gerade, wo ich drei Kinder ja habe. Die hab ich alle mit der Tussi? Oh Gott. Muss ich dir das wirklich erklären, wie das gemacht wird? Ja, bitte. Oh, kennst du das doch mit den Bienen und Blüten und so. Leiten. Ja. Ach, meine Yacht, darf ich dir vorstellen? Oh, jetzt hat er Flieger eine Yacht. Ja, klar. Was willst du noch? Eine Limousine. Oh. Ach, ja Freunde. Und auch diese Runde geht zu Ende. Ah. Auch widerlüchtig, also. Ja, genau. Für mich jedenfalls. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe hier weder gefakt noch irgendwas anderes. Das ist alles... Ich starte ein neues Spiel. Ne, also. Aber, aber. Jetzt kann ich auch noch die Schulden bei Peter Zweck anzahlen. Ja, genau. War es jetzt viel zuvor. Ja, Freunde. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich noch einmal bei euch fürs Zuschauen, zuhören. Ich hoffe, euch hat unser Let's Play Together Spaß gemacht. Jetzt ist aber wirklich Schluss, denn wir haben jetzt beide Spiele durch. Wir spielen gleich vielleicht noch mal ein bisschen hier selber, aber... Für euch war es das jetzt. Ich werde jetzt die Teile hier bei mir hochladen, bearbeiten und zurecht schnibbeln. Dann könnt ihr euch das gleich anschauen. Ich gebe jetzt ab an den LPP Let's Play und... Ne, SBL Let's Play. Jetzt spreche ich die schon falsch aus. Und der verabschiedet sich auch noch von euch. Und ja, dann könnt ihr euch noch ein bisschen den Abspann angucken. Und ja, ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. NRW über 18. Adieu. Ja, ich wünsche euch auch viel Spaß mit den Videos und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und ja, ich wünsche euch auch viel Spaß. Und ja, ich wünsche euch auch viel Spaß. Und ja, ich wünsche euch auch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020